Musik Ich bin sehr froh, dass ich für meinen Sohn einen Platz hier in der Kita im Haus der Kleinen Hände bekommen habe. Er geht gerne in den Kindergarten und hat immer sehr viel Spaß. Musik Ich bin schon seit einigen Jahren großer Fan von den Workshops, die über Family & Career angeboten werden. Was wir bei uns in der Familie übernommen haben, ist die Familienkonferenz. Die Kinder fragen regelrecht danach, wann machen wir die nächste Familienkonferenz, Mama. Insbesondere schätze ich da diesen Austausch. Da kann man dann nochmal ein bisschen persönlicher auch in einige Themen reingehen. How to educate the kids, how to communicate with the kids and how to motivate them. Es tut einfach gut, die Situation zu reflektieren mit jemandem, der nicht Teil der Familie ist. Ich finde es sehr, sehr interessant, abgesehen von den Infos und Tipps und Tipps, die man bekommt. Musik Sie sollen einen vertraulichen Ansprechpartner haben in den Coachings. Ich habe zwei Teenager, für die ich ab und zu Dinner to go bestelle. Die beiden lieben das. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020